ja und somit wird eine verbindung gestellt und kann dir hier nun diesen eine einblick gewähren indem wir hier zu erkennen hast dass ich da seitdem ich diese karte ihr beantragt habe weil es in der werbung gesehen habe wollte einfach mehr darüber erfahren und ja tatsächlich ein tag nach meinem geburtstag zum 37 habe ich da am 7 oktober einen tag danach diese 10 euro bonus erhalten indem ich da dann diese einzahlung getätigte dann am elften diese bonus und dann ja im oktober nochmals diese 2000 einfach deshalb weil da gibt es sogenannte benefits und die besagen da natürlich diese drei säule hier angezeigt werden mit der möglichkeit hier einzuzahlen und dann die möglichkeit hier gemäß beschreibung dann etwas zusätzlich zurückzuhalten zu können und die voraussetzung dafür um das nutzen können ist dass dieses via dieses neue konto ja getätigt wird und hier habe ich gestern das mit diesem wie erhalten dieser gutschrift anzeigen und ja das hat tatsächlich funktioniert dafür war lediglich hier diese bahn durch da jetzt auch wiederum in der zwischenablogiert habe erforderlich und kann da nutzen jetzt gehe ich wieder zurück und du erkennst hier das ist die sowie und ja hier habe ich tatsächlich die möglichkeit eine aufgabe auszuführen das was ich jetzt hier gerade tue ist ja auch eine art aufgabe sicherheitsprüfung dass ich kein roboter bin genau und hier was da genau geht das ist eine einfache aufgabe gegenüber die die ich jetzt gerade tun und ja dann habe ich hier tatsächlich die möglichkeit connect das format hier ändern etwas weniger energie sparen ist auch eine sache man sieht es etwas anders aus hier kann ich sagen dass ich da drauf gehen und dann habe ich hier diese auszahlung anfordern und dann habe ich hier ja mindestens fünf euro braucht es momentan sind es weniger weil ich ja diese auszahlung getätigt habe und hier ist auch sehr schön erkennbar seit diesem wechseln was da hatte ich noch diese dieses andere konto angegeben von bank und dann ist hier gempa mit diesem neon wo ich diese angabe getätigt habe und ja das ist das was da diese 10 73 zugrunde liegen und diese auszahlung habe ich da bereits angefordert und das wird da mitte des nächsten monats dann gut geschrieben also das ist das was da tatsächlich technisch einmal ein funktionieren durch diesen wechseln und ja diese sache hier habe ich dann entsprechend hier geändert also hier habe ich ja mein konto einfach die daten entsprechend eintragen damit das hier benutzen kann und dann kann das ganze so gemacht werden und das ist diese grundlegende hier zahlungsinformationen benutzen zu können und hier habe ich diese angaben eingetragen und so hat es funktioniert hier ist auch erkennt nicht bezüglich könnte ich hier ein dich einladen zu das zu nutzen dann gebe es da sobald du einmal diese fünf euro erreicht hast diese zwei euro prämie ist eine tolle sache das hier zu nutzen können hier sind sie dann auch einfach geführt allerdings ist die variation mit dieser app doch viel attraktiver damit ist das grund der datenschutz nichts da gebe ich ja die möglichkeit das ganze etwas zu nutzen und hier ist der aufwand viel geringer ihr braucht es einfach nur diese einladung zu versenden anzunehmen das ist das konto genau und dann ist es bereits vollbracht und die höhe ist wesentlich höher und das ist der link dieser befindet sich unterhalb von diesem video und mit diesem code das wäre der code der eingeben und schon hast du in der tat das hier zusätzlich mit diesen 10 schweizfranken verdient oben siehst du wie viele das aktuell gemacht haben bereit und schau einfach wann du das ganze anschaust hier um wie viele sich dieser momentane zähler liegt jetzt bei 46 553 553 geändert hat und demzufolge wie viele das aktiv tatsächlich nutzen und für sich ja also 10 fangen zu verdienen ist doch wesentlich einfacher als diese zwei euro und hier klar das ist jetzt auch umgerechnet das anderen waren ja 10 37 die euros gegenüber der schweizfranken das ist einfach die werben die hier zu brachten ist und demzufolge hat es einmal funktioniert was wird hier entsprechend mit auf dem weg wollte genau ok genau das andere ist hier noch wegen den entsprechenden schritt die ich da gezählt habe und ja das ist die funktionalanweis könnte ganz normal dann auch zahlen hier gibt es entsprechend vorteile als das eine ist ja diese 120 gesandt ist diese 50 dazu braucht es einfach dann diese angaben und schon habe ich da diese bonus ist eine tolle möglichkeit um um dies zu starten da gibt es noch viele attraktive angebote aber zunächst einmal dieser einstieg hier ebenfalls also das wäre noch einfacher allerdings hat es da dann andere faktoren die da eine rolle spielen tun ich wollte das einfach kurz gezeigt haben weil ich das nutze und dann ist es ja hier das ist die zwei webseiten die diese verbindung ermöglichen das zu nutzen zu können und natürlich mit entsprechende profite die zusätzlich noch aufgeführt sind um das nutzen zu können ja in diesem sinne bis zum nächsten mal